Die LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie z.B. Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Stellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause. Wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. Hallo und willkommen auf LTE-Westwagen.de Wir sind momentan in der Nähe von Engstingen an der Bärenhöhle. Jetzt möchte ich doch mal wissen, ob man in der Bärenhöhle auch LTE-Empfang hat. Wir sind momentan in der Bärenhöhle. Vielen Dank. Wir sind noch an der Bärenhöhle und nun kommen wir zur LTE Messung. So, hier an der Bärenhöhle haben wir ein sehr gutes Signal. So, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.